Hallöchen Leute und willkommen zurück zu GTA Online, heute mit Nexttrap Rossi und Avenger. Hallöchen. Hallo. 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 Ja. Es fehlt das Gürkchen und der Onkel fehlt, der war ja auch schon lange nicht mehr da. Aber egal, wir machen 4-Way-Midness, ein bisschen Action in Sandy Shores. Oder wie ich auch gerne oft sage, Shady Shores. Du und deine Sprachschule. Ja, ne. So ist es leider, muss ich mit leben. Kommt vom ganzen Weed. Ja, genau. Einmal müssen wir ihn jetzt mal auslachen dafür. Lacht ihr mich nicht schon genug aus? Offscreen? Ne, legen wir los, oder? 4-Way-Midness. Na klar. Sieht auf jeden Fall interessant aus. So, ein paar haben wir am Start hier. Einer vorher, schon ausprobiert. Karte, ja, stellt von Isula. Die Karten, die Isula waren ja immer super gewesen vorher. Dachten wir mal, dass das auch wieder so gut ist. Hört schon freakiges Zeug. Ich war natürlich Erster. Ähm. Was nehm ich? Ich wette auf der Weed. 2.500 Dollar. Du weißt, dass du die verlieren wirst. Ich wette auf Next Trap. Nichts. Arsch. Ne, 2.400. Fuck man, ey, ich muss mir ein Auto nehmen. Ne, ich nehm den hier. Ich wette mal auf mich. Ich wette auf Rossi. Ich wette mal auf niemanden nichts. Okay. Ja, du hast eh keine Kugel. Ja. Du arme Sau. Du kannst dich ja mal wieder prostituieren lassen, dann verdienst du ja was. Ne, das hab ich nicht mehr nötig. Hm, ein Monat Ende schon. Dann kommt's wieder. Oh Gott, danke für den Schwung. Für den, ja. Alter, wer hat das... Ich hab Schwung bekommen. Von irgendjemandem. Ich hab mal voll weg gedrängt. Das war auf jeden Fall krass. So, zack. Was ist mit Masken? Das ist schwerer. Ich hab gelb. Schwarz. Und Brosse. Nein, 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 nein. Ah. Und umgekippt. Das wär ur-cool im Geist, Moos. Ja, aber dann wär's zu einfach. Mach. Dann musst du mich weniger hergangen. Ne, ne, ich bin schon. Denk an mein Herz. Hängen bleib. Stimmt. Und an mein... Stimmt, stimmt, stimmt. Da... Da hab ich wieder nichts dran gedacht. Ja, Alter, geht noch. Nein, ich bin ins Loch reingefahren. Wir haben sich ja dann erst nicht Schwung geschafft. Aber ich fliege aufs... Oha. Ich hab fast aufs Container drauf geflogen. Mein Wandel dreht sich nicht. Ups. Next trip. Blockiert hier den Weg. Ja, der will sich nicht drehen. Nein. Ich weiß nicht, wer es vor mir ist, aber er hätte jetzt verdammtes Glück gehabt, dass ich daneben geflogen bin. Nein. Was war das denn? Oh, so ein Baumstumpf versteckt im Gebüsch. Mein Auto raucht schon voll. Mein Auto räuchert. Mein Auto räuchert. Scheiße, Mann. Ich bin Dritter, ey. Jetzt sind die alle schon über alle Berge. Pass mal auf. Du hast die unten unterdeklebt. Und da war so ein Ding und hat halt drüber das komplette Auto dreht sich erst mal. Da, wo gehen hin? Ey. Ich lande immer da. Na klar, jetzt nehmt ihr nicht die scheiß Markierung mit. Nein. Wieso allah mir vorbeifahren, ey. Oh. 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 Explodiert. Nein. Oh Gott, wie schwer gesprungen wird, aber das schaffe ich. Egal, wie ich schaffe, das auf jeden Fall kommt. Nein, Alter. Ich habe in der Luft nochmal so einen Mast erwischt und er hat voll den Twist hier machen. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Nein, was ist denn hier für ein Stil? Ah, der ist für die letzte. Salat, ey. Nein. Boah, krass. Ist wieder jemand explodiert? Ich nicht, zum Glück. Aber es dauert immer Jahre, bis das Auto, weißt du, erst mal wieder richtig auf den Rädern steht, dann Gas gibt. Ey, das ist mal übel. Oh, Corleone, hi. Okay. Die explodiert nur die Autos. Bisher habe ich den Gauntlet genommen. Ja, Phoenix ist auch nicht besser. Ich habe den Ruiner genommen. Der ist eigentlich ganz gut. Irgendjemand möchte... äh, gelben Ruiner. Ja, ich habe die ja schon gesehen. Ja, Gefühl. Hier, das bist du. Genau, das war ich. Boah, danke. Danke, Easy. Mein Güte. Ich war so schön hinter dir, Dave, auf dem zweiten Platz. Jetzt rammt mich die Schöne. Äh, du... Und die rammt mich einfach hier weg. Ich bin der erste. Ja, die ganze Zeit schon. Ich war hinter dir. Was? Ich habe das gar nicht mitbekommen. Ah, da sind wir mit dem Wichser hier. Da ist... Ah. Boah, das ist so krass. Oh. Wer blockiert? Jetzt, wenn mich hier noch einmal einer rammt. Ich glaube, das bist... Diese... Ist das nicht du, Avenger? King, irgendwie. Du bist auch ein schwarzer Gauntlet. Ja. Ja, das sind mehrere, aber. Okay. Mr. Lion King. Super. Aber jetzt prihlt die Rampe natürlich nicht mehr. Nicht immer. Ey, fuck. Fuck. Der eine Typ blockierte die Rampe. Fuck, fahr doch, Mann. Ich komme nicht über die Rampen, weil der mich kurz davor gerammt hat. Jetzt muss ich einmal außen rumfahren. Jetzt ist ja alles vor. Komm, dreh dich. Och, das Ziel. Ich habe gewonnen. Habt ihr wirklich auf mich gewettet? Ich. Ja, erst, dass du auch über Kohle macht. Aber toll. Ich bin nur unter der Nacht. Weil dieser... Na, natürlich. Nächste Champions-Tour-Spiegel ist. Ich bin nicht da und weggeräumt. Ich bin nicht da und weggeräumt. Ich bin nicht da und weggeräumt geworden. 5.000 RP. Hier grüßt ich euch alle, meine lieben Zuschauer. Nur 2.950 bekommen. Bin ich der letzte von uns? Alter, guck mal. Der war ja aber ganz schön knapp hinter mir, wa? Ja, ich bin 4.24 und er ist 4.25. Nee, du bist von uns bist der... Bist du der Letzte, ja. Nee, ich bin der Letzte. Avenger hat sich abgelöst. Aber da war ja ganz schön Vorsprung gewesen zwischen mir und Timster. 18 Sekunden. Die kürzeste Rundenzeit gemacht dafür. Ja, mit 1.12, da bist du aber nicht alle Rampen. Da bist du wahrscheinlich drunter durchgefahren oder dran vorbei. Weil das ist ja auch möglich. Ja, da stand ja in der Beschreibung, er hat ja noch Version 3, dieser Karte. Ja, aber die müsste ich jetzt dann erstmal raussuchen, wenn ich sie überhaupt markiert habe. Na, ich bin da nochmal schauen, Wunder. Jo. Na, wer fehlt denn noch? Achso, ich. Das war ja mal frei. Oh, Corleone mag das nicht. Ja. Ja, Corleone habe ich auch. Und Zuma. Der war am Anfang. Du musst beim Schien-Chat bleiben. War er, glaube ich, ganz gut dabei. Na komm, RMC. Ja, das war der, der sich hergestellt hat. Ehrlich? War der letzte da. Hm. Was ist ein Millionen-Derby? Wollt ihr feucht bis trocken spielen? Normal oder was? Nee. Runter klingt gut. Wie bitte? Oh. Okay, dann nicht. Hey, ich kann gar nichts mehr machen. Ich auch. Ja, weil er schon die Mehrzeit abgestimmt hat. Oh, was ist denn jetzt? Feucht bis trocken oder was? Anscheinend. Oh Gott. Euchtgebiete. Welche Klasse? Habt ihr welche Wünsche? Wie weit ist denn das? Irgendwas Langsames. Gar nicht. Also es ist bei rund 12 Kilometer. Ah, nicht dieses. Es ist schon so abgelootet wie das ganze Spiel. Ja. Grüßt an 616 Player. Wir können auch nochmal rausgehen und uns was anderes aussuchen. Weil ich starte dann immer was. Was sagt ihr? Wollen wir das jetzt machen oder soll ich neu starten? Neu starten würde ich sagen. Und was cooles. Okay. Ist doch wurscht. Ja. Hä? Alter. Im Hintergrund standen gerade alle Autos von allen Leuten. Habt ihr das gesehen? Ja. Stimmt. Wieso stehen hier so wieder Autos an der Straße? Vor allem meins war kaputt, glaube ich. Als einzigstes. Cheater. Cheater, ihr. Wo ist Alex? Wo ist Alex? Jut. Was Jut? Ja, Jut. Suchen wir mal weiter. Guck ich mal, was ich da... Du Nazi, warum nennst du jetzt Nazi? Sag mal bitte, warum du mich jetzt Nazi nennst. Aus Spaß? Machst du sowas aus Spaß? Das ist kein Spaß. Juden sind kein Spaß. Äh, Nazis, Mensch. Alter. Da liegt mir ich gerade irgendwie ein bisschen an einen Trash-Film. Ich glaube, der Nazi... Der Nazi-Vampir-Barone oder sowas. What the fuck? Also, das ist zu trashig, glaube ich schon. Das sind wirklich Trash-Filme, ja. So, rennen. Bei trash-Filmen gibt's eh so ne witzigen Dinger wie Sharktopus oder sowas. Ne Mischung zwischen Octopus und... Äh, Octopus und... Octopus. Octopus und... Hai. Octopus. Octopunch. Was gab's da noch? Octodead hab ich jetzt gespielt. War das hab ich noch nicht gesagt? Das ist bestimmt aber nur so ein 5-Minuten-Ding, oder? Naja, lang. Also ein 10-Minuten-Ding. Naja, das ist nicht so ein Ding, aber... Ehrlich? Es macht aggressiv, die Steuern. Ha, das kann sein, ja. So hat man da so mitbekommen. Man kann sogar ein Multiplayer spielen, wo man dann... Also diesen Charakter in Octodead mit zwei Kontrollern steuern kann. Einer steuert die Arme und einer die... Äh, äh, Füße. Das ist ja krank. Einer die Arme und der andere die Hände. Das müsste man eigentlich mal machen, wa? Mit zwei Leuten, so. Ähm... Oder du könntest als eine Person einfach mal die Füße kontrollieren mit deinen eigenen Füßen und die Hände mit den Händen. Also ein Pad einfach auf den Boden und dann schön mit den Füßen. Achso. Boah, Leute, ich hab hier so viel Stuff, ich weiß gar nicht, wer ich auswählen soll. Äh, von diesem Stunning-Zeug. Hatten wir da schon Epic Roofs V... Äh, äh, ja, Version 4. Äh, Version 4 ist... Ach doch, klar, das haben wir mit Alex gemacht, ja. Roofs, wo findet man die ganzen Jobs? Social Club, oder? Ja, genau, bei Social Club. Und dann halt... Aber was sind die ganzen, ähm, gemodeten Jobs, wo es... gemodete Fahrzeuge gibt? Die meinst, Rossi? Oder was meinst du jetzt, hä? Ja, da hat es ja die Jobs gegeben, wo zum Beispiel die, ähm... Ach, mit den Flugzeugen und so. Wenn, wann und so. Gibt's ja gar nichts mehr von den Sachen. Das weiß ich gar nicht, da hab ich... Derzeit hab ich noch gar keine Jobs rausgesucht zum Spielen. Und jetzt die letzten, die ich rausgesucht habe... Also ich hab vorher viel rausgesucht, kann natürlich auch sein, dass da noch sowas dabei ist. Aber ich glaube eher weniger. So, ich hab was rausgesucht. So, ich galt euch mal ein. Wir waren ja nicht alle in einer Lobby, oder? Nein. So, Avenger ist gar nicht ganz oben. Wunderbar. Ich mach mir jetzt das Radar wieder an. Trap. Und Rossi. Zack. Mach drei Runden. Weil eine Runde, oder ja, ist es nur ein Kilometer. Oder soll ich vier Runden machen? Ein Kilometer, ja. Kannst du ja vier Runden machen. Okay. Vier oder fünf sogar. Alter, das sieht schwer aus. Oh, 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 oh. Ja? Ja? Motorräder sind sie ich am besten. Achso, es kommen wieder ein paar andere Leute rein. Dann müssen wir schon mal noch ein bisschen warten. Eigene Fahrzeuge aus? Oder ein? Ja, mal ja, aus. Ich glaube, die Container und Rampen in der Luft sind die, glaube ich, auch irgendwie... Die sind gemoddet, die kannst du so nicht, genau. Das heißt, wenn es das noch gibt, dann muss es ja noch die Jobs geben, wo man die riesen Flugzeuge fliegen konnte. Denk mal, drei Runden werden doch besser bei dem hier. Weißt du? Wenn das was extrem schweres wird, kann es sein, dass ich das gaaaann schön lange hinaus zünder. Natürlich sein, ja. So wunderbar, wir spielen direkt. Was wollte ich denn fragen? Genau, weißt du noch, wie diese Jobs hießen mit den Flugzeugen? Kenja, sie hat einen Andrade, den wir gestartet. Ich würde euch empfehlen, eine Buddy zu nehmen, also nehmt kein Cross-Motorrad, das bringt nichts. Also, so von den letzten Dingern, die ich je gemacht habe. Ja, ich nehm die Akuma. Ja, Standard. Ich nehm Buddy, RR. In... Redwood 86, nehm ich. Das ist ja krass. Der Rauker, David. Stimmt. Ich... Ah, wieso nehm ich Sprunk? Ne, eigentlich hat... Ne, egal, ist gut. Ich nehm mal Sprunk. Ich nehm eigentlich auch immer Sprunk. Weißens, Stronzo, Stronzo, ist bestimmt auch so Kippen für eine Mauer. Keine Ahnung. Äh, kein Kontakt. Äh, wo soll ich denn da hinspringen? Einfach gerade aus. Warum starte ich denn einen Meter vor der Rampe? Was ist das denn? Ich genauso. Nein, ich bin ganz nett. Ich habe das Besten. Ah, du, wie soll das funktionieren? Keine Ahnung, fahr einfach. Achso. Oh, geil. Nein, wir sind schon mal runtergeflogen. Wuuu. Nein. Alter. Das ist ja crazy. Nein, wie Idioten, alle drei fallen runter. Ja. Nein. Ui. Ups. Ich bin in so Instagram urschlecht. Gesicklichkeit. Ganz langsam. Ich hab gelernt, ganz langsam zu fahren. Tschüss, Rossi. Au. Ich bin sogar gestorben. What? Er hat auf den Rücken gefallen vom Motorrad. Nein. Jetzt sterbe ich aber. Scheiße, ey. Aber die machen echt krasse Sachen, wa? Richtig. Oh mein Gott, super. Ich häng dann jedes Mal eine halbe Stunde an derselben Stelle. Ja, das ist... Ja, erzähl, erzähl. Ja, darum sind drei Runden, denke ich, auch besser. Weil ein Kilometer... Nein, alter, ich Idiot. Ich bin vorhin in die Kante reingesprungen. Aber Avenger, ich bin vorletzter. Au. Ich stelle mich hier auch gerade ein bisschen blöd an. Ach, ich bin zweiter, wie kann das denn sein? Ich bin der Avenger direkt. Der Avenger. Ja. Ja, du hast mich übernommen, das nächste Bescheid. Achso. Oh. Ja, ja. Ups. Ey, wenn ich jetzt hier noch einfach runterfall, dann tick ich aus. Eigentlich ist es ja ganz einfach, aber ich habe am Anfang total verkackt. Ich fall hier auch die ganze runter, weil mein Bettler in die Amarsch ist anscheinend. Ja. Ja, ja, ja. Du bist ein Loser, ey. Der bin ich hier. Alter, jetzt habe ich guten, gerade einen Lauf. Ach, du bist immer noch hinter mir. Aber die Map ist trotzdem geil. Oh, wie ich es gerade geleckt hat, man, weil man durchs Ziel fährt, ey. Was ist das denn? Ich wollte gerade korrigieren, aber man bleibt das Bild stehen und ich fahr geradeaus. Kurz danach dann, ey. Fuck, man, ich war schon wieder hinter euch. Also hier waren... so eine Dreiergruppe war vor mir eben noch. Kann sein, dass wir... Achso, das seid ihr, ja. Bei mir läuft es gerade ganz gut. Immer wenn ich hochfahre, falle ich runter. Ich bin an irgendeinem gerade vorbeigeflogen. Nee. Oh, next trap. Ich bin direkt hinter dir. Dann siehst du ja immer, wie ich übelst schwanke. Alter, wie kannst du da daneben springen? Weil ich davor mal so übelst nach links, rechts herumschwange. Nee, ich glaube, ich bin da auch schon dann vorbeigesprungen an dem Ding. Nein. Wie kann ich hier dann eh... Oh mein Gott. Der wäre abgeschaltet. Ich bin ein zweiter. Und jetzt vier auf dem Viertel. Ja, aber ich bin... Ich hab gefehlt. Das heißt... Da weat! Ey, ich hab schon wieder gefehlt. Ich hab schon wieder gefehlt. Oh mein, anstatt... Wieso startet man doch auf der Mauer drauf? Wie viele Runden waren das jetzt nochmal? Jetzt die letzte eigentlich. Ja, ich bin ja nicht in deiner Runde drin. Tschüss, trap. Wisse, genau da falle ich immer wieder runter. Immer. Bei jeder Rampe. Jetzt bin ich letzter. Jawohl. Was? Jawohl. Scheiße. Verdammt. Ey, wieso fahre ich dagegen, Fräulein? Ey, komm mal klar. Nein, jetzt überholt mich noch diese... Nein, er ist zu nervös. Habe ich genug Speed? Ja! Aber wann ist die Runde vorbei? Ach, jetzt kommt erst die... Mann, und sie fährt wieder rechts. Ey, diese Rampe da hochzufahren. Wenn man da zu schnell hochfährt, wird man immer nach rechts gedrückt, ne? Oh, hi, Avenger. Boah. Wir haben uns nichts mehr zu sagen. Okay. Wir haben nichts mehr zu tun. Ach. Und wieder, wieder. Immer wieder. Ja, na, dieser Korn. Aber der erste ist richtig weit vorne, den krieg ich nicht mehr. Außer der erste ist jetzt hier gerade um die Ecke gefahren, das wäre natürlich richtig geil. Oh, nee. Ich bin hauptsächlich... Nein! Denken... Denkt sich gerade auch, ey, ich kann da nur umkippen. Okay, das war nicht der erste, also wollen wir mich auch gar nicht aufregen. Den hätte ich sowieso nicht mehr bekommen. Nee, nä, 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 meiin. Und wieder runter. Wenn jetzt so los zu Korn ist, dann... Höch. Nee, glaub mir. Auf den GTA. Schloss vorbei. Au, es ist kein Bock mehr auf GTA. Nie wieder. Das ist auf jeden Fall ein richtig geiles Rennen Ja Nein, nein, komm Oh, ganz knapp Und ich fall runter Komm, auf den Kopf, auf den Kopf Ja Wart's dann, bist du unten aufklatscht Ja Hat der wie viel denn unten auch? Y gedrückt Muss Y gedrückt halten, wenn's zu lange dauert, Tripp Boah, das ist kein Problem Hat dir keinen Unterschied gemacht, ich bin mal auf dem vierten Okay Ach, der wie er die Sponsor gesetzt hat Bam, zweiter Ohne Scheiße, hätt ich nicht gedacht, dass ich das noch packe, Alter Ach, der lost it, eigentlich müsstest du mich hier mal gleich überholen Nee Das gibt's doch nicht Oh, ich bin wieder runtergefallen Nein, jetzt mach ich aber, ob es noch Oh, da kommt Trap Doch, du bist vor mir, verdammt Scheiße Jawohl, wie ist denn das passiert? Ich muss da in einer Runde Easy Beats Oder Beats Oh, ein Rekordsgrad Oder so Glückwunsch, gratuliere Ah, er ist da auch wieder unterfallen, wo ich immer unterfalle Noch genug, dann wirst du auch irgendwann sagen, ich hab keinen Bock mehr da drauf Warum spielen wir immer nur Deathmatches? Warum machen wir nicht mal Rennen? Warum spielen wir nie Golf? Genau Go Da hab ich wohl fertig gemacht Ja Nee, Trap ist erst da geworden, oder warst du das? Ich hab dann hoch und runtergefahren Und dann aufgeklatscht Seid ihr immer noch am Fahren? Ja Alter, das ist ja voll langweilig, wieso kann ich denn da nicht zugucken? Ach, jetzt hat's aufgehört Achso, jetzt die Zeit abgelaufen Okay Nie beendet, fein Boah, wir haben fast so viele Nee, wir haben genauso viele Zuschauer gehabt wie Mitspieler Hallo, grüß Diese Folge brauchst du mal gar nicht Ja, nennst du an Need for Speed Online Oder Gran Turismo Online Oder Forza Online Innen Rennen Das ist kein GTA mehr Heul halt rum Ich hab auch nicht gewonnen Was haltet ihr denn zum Abschluss? Ein Deathmatch? Deathmatch, ich würd mal sagen Wir müssen jetzt Ja, nee Zur nächsten Folge machen wir das auf jeden Fall Weil in der Folge sind wir schon Haben wir schon ein bisschen überzogen Ehrlich? Haben wir? Halte mich Also gefühlt Ja, gefühlt war ja die eine Folge auch 20, 30 Minuten Und letztendlich war die 14 Glaub ich Gibt's denn hier Wollen wir Last Man Standing machen? Das geht schnell Machen wir hier Little Saw Okay, machen wir Kann der Aven schon mal zeigen, was er drauf hat Ja, Last Man Standing ist auf jeden Fall cool Das fällt mir nicht Ja, ich bin nur bei Ich bin nur gut bei Ort zu ihm Du bist so ein Zettel, Alter Immer nur Deathmatch, sagt er Mach doch mal ein paar Rennen Verdammt Schnauze voll hier Team-Ausgewogenheit aus Ein, oder? Ich bin ruhig eingeladen, das ist nicht So, ähm Sagen, ja Ich bin doch Horst, ne? Warum kann ich hier keine Waffen einstellen? Du bist doch Horst Horst Mayer Tageszeit, Wetter Tagsüber? Ja, ne? Tagsüber ist besser Mittag Zum Mittagsshootout Treffen, bitte So, du Klaus, ich bin ja außen gelten Okay, jetzt kommt die Rache So, äh, wollen wir starten, oder soll ich noch warten? Achso, Next Rap Tritt bei, hä? So, ich da Jetzt, Standort zu müssen Alles gut, alles gut Ähm, alle da? Ja Rossi, auch, Avenger Okay, wunderbar Okay, los geht's Last Team Standing Ich glaube, ich krieg aufs Maul Auf Avenger ist ein Gegner-Team Ist er Hoffentlich nicht Ihr seid alle im Gegner-Team Rossi, Trim Was bin ich gegen euch? Wir sind sonst doch voll lieb scheiße So, Leute, strengt euch an, wir müssen nie wegklatschen Wie geht's nochmal, ich bin jetzt mal tot, oder wie? Hier Ein Lebenssatz Wo ist der Panzer versteckt? Na, das sag ich nicht Plötzlich kommt der Wage-Onkel hervorgesprungen mit seinem Panzer auf dem Dach Ach, und so eine Riesenexplosion und plötzlich steht Onkel da im Panzer Hör mir nur noch ne Lachen Hohohohohoh Ich bin zurück Ich bin zurück Äh, bei mir, okay Was? Das Auto geht mir Ja, und Jeep Ich geh zu Fuß lieber Ich versteck mich irgendwo Ich laufe bei links Ach, ihr auch, okay Chill, chill, sagt immer, was ihr macht Das ist sehr gut Das ist ja kein Problem Ich sag eigentlich, das, was wir immer nicht machen Wir laufen auch nicht nach vorne Wir campen gerade ganz hinten Hier aus, oder soll ich lieber noch einen weiterfahren? So, gucken wir uns hier mal ein bisschen rum Hat der hier mit einem Heli oder was? Auf jeden Fall ist das feindliche Team Also ihr seid alle auf dem Dach oder sowas, wa? Ne Die werdet auf jeden Fall Wir sind unten in der U-Bahn Ja genau, dann werden auch die Pfeile nach oben angezeigt Na, na Ich glaube, alle drei, wie wir hier so stehen, werden partst Ja, oh ja Korleone, ciao Achso, oh, 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 sorry Ich hab gerade ein bisschen Paraneia geschoben aus dem eigenen Angeschossen Dass die Korleone da nicht die ganze Stehen gesehen hat Wir müssen auf die zwei Typen da hinten aufpassen Das sind ja nicht So, aber drei Typen, Marco Sind die überhaupt Da, wo ihr nicht seid Da ist sicher der Weed da Achso, ich hab einen, glaube ich, gerade gesehen, oder? Aber was ist einer von uns? Die laufen ja alle der Weed nach, deswegen Wir sind ja nur vier Leute Die sind ja auch geteilt Drei Gruppen Zwei, zwei und einer Mehrere Gruppen? Ne, zwei Gruppen Ja, zwei, äh Zwei Gruppen meinte ich Dass die halt spielen auf dem Laufen Die sind am Dach oben, wahrscheinlich Ne, die sind irgendwo unten Die sind irgendwo unten Egal, ich hab einen getötet Das ist ja voll Boah, da vorne schießt du auf mich? Nein Die sind da, die sind da Die sind da Sind die oben, oder? Unten in der Gasse Drei Leute Bin, glaube ich, ziemlich nah an welchen dran Aber ich seh sie einfach nicht Die verdammten NPCs Und die Explosion Hilf mir auch nicht Boah Krieg da nicht Huh Schön, oh Sehr gut Nein Was war das denn gewesen? Äh Ich hab niedergeschossen Und plötzlich hat er mich in die Duft gegangen Er hatte, glaube ich, nur einen Granator Oder so aus in der Hand Damit nochmal Next trap Schaut jetzt zu Ja Diesmal bin ich nicht irgendwie in den Tod ran gelaufen Sondern einfach mal ein bisschen Pech gewesen Haha, ich seh einen Au, au, au Shit Komm, der hat mir ans Bein geschossen Fällt nicht Komm, auf seinen widerlichen Besteck Nein Wehe hat er mich abgeknallt Von rechts, glaube ich Eine Scheiße, Mann Ja, weil dieser eine Typ Ist mir die ganze Zeit hinterher gerannt Mann, ey Ich raff es nicht, wa Anstatt die eine Ecke abzusichern Dass ich zur anderen Ecke gehe Das ist doch logisch Hat er niemals Shootout gespielt Aber egal Oh mein Gott Medaillin, Bube Unsere letzte Hoffnung Oh, ich hab hier grad einen Roma Die sitzt gerade Ja Guckst du auch zu? Ja Das packen wir Das müssen wir auch packen Das schafft die Loker Eins gegen drei Das ist Man sagt nichts Eins gegen drei Kann ganz schnell anders Enden, ja Das glaube ich nicht Es war schon gut, dass am Anfang Direkt der eine mitgekommen ist Das Problem war aber Der war Immer hinter mir Immer hinter mir Wo du schon meintest So wie das Medaillon ist Macht, ist es nicht gut Gegenseitig abgeschossen Wir haben gewonnen Unglaublich 8000 5000 RP Lass mal nur sowas machen Alter 5000 RP Yo, yo, yo So Wie hat's eigentlich gefallen Wollt ihr jetzt noch eine Revanche Oder wollen wir erstmal ein Päuschen machen Und dann zur nächsten Folge mal Irgendwie nochmal sowas Ja, zur nächsten Folge können wir ja machen Ein Päuschen Ein Päuschen Ein Päuschen Dann würde ich mal sagen Danke fürs Zuschauen Und bis zur nächsten Folge Tschüss Tschau Servus Servus